Ich bräuchte den Capsack. Wo war der? Da. Capsack. Boah. Da ist er. Ah, Capsack. Okay. So. Gold. Iron. Throat. Und 6 Leder. Ich brauchte gar nicht so viel. Ist doch mal erfreulich. Iron. Da. Zwei Stück. Gold. Bronze. Bronze. Aluminium. Schade. So. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Die kommen hier rein. Und werden mal schön von der Smeltery verwöhnt. Und hier haben wir diese Route, die wir brauchen. So. Mal warten, bis das Ganze rauskommt. Das dauert noch was. In der Zwischenzeit. Federn. Im Part-Builder. Wo waren die? Da waren die Federn. Mal gucken, was ich damit machen kann. Hä? Ich brauch doch eigentlich Federn dafür. Okay. Ah. Gut. Das wollte ich jetzt mal haben. Dann kann ich gleich mal gucken, wie das mit den Arrows ist. Denn die wollte ich ja auch mal bauen. So. Hallo. Er schießt mich hier ab. Nicht nett. Oh. Ich glaube, es hat nur einen halben gekostet. Er hat es ja auch nur. Nächstes Mal soll ich genauer hingucken. Scheiß drauf. Ich habe alles dabei, soweit ich weiß. Ja. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und ein Gold. Hallo. Gold. Ironsworth Road. Gold. Ironsworth Road. Leather. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Iron Thought Road und einer Iron Tool Road? Thought Road Cast. Ich habe das doch damit gemacht. Was ist denn jetzt der Unterschied daran? Nein. 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 Willkommen. Gennotas Gleishe, Iron Tool Road, Iron Sort Road, Iron Tool Road, Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht haben, ich wollte da, Iron Sort Road, Was ist genau der Unterschied? Was die anders heißen, oder wie? Boah, das ist mir jetzt egal, ich hol mir die jetzt, tut mir leid, aber... 1, 2, weg mit euch, so, aus mit dir, es geht mir doch jetzt auf den Geist. 1, 2, weg mit euch, so, in Capsack konnte ich hier reintun, und dann... Ah, habe ich hier auch noch ein Inventar, gut, dann brauch ich den Rucksack nicht mehr, Aber, ich habe einen Capsack. Super. Das kann ich erstmal eine Runde garen lassen. Aber eigentlich kann ich hier alles reintun, weil ich hier hinten die Teile habe. Ja, gib mal ein bisschen das Ohr her. Das unnötig bekommt wieder in die Wegwerfkiste. Obwohl Rutherwood... Ja, das hier ist unnötig. Lime Stone. Raw Rubber. Iptide Nickelite. Ich glaube, Raw Rubber spricht nach Extractor. Da würde ich gerne mal gucken, wie schnell das hier geht. Scheinbar hat sich das Ding gerade erholt. Nein. Da geht's aber, mal gucken, was da rauskommt. Rubber Bars. Okay. Dann lass die mal arbeiten. Ach, 10. Gut. Woraus will ich denn jetzt mein Schwert bauen? Erstmal, was brauche ich für ein Schwert? Ich brauche... Nein, ich brauche hier... Ich brauche... Ah, nein, ich bin in der falschen Sache. Schwert. Damage Durability. Parts. Longsword. Also... Dusting. Quickstrike. Armour piece. Charge boost. Backpedal. Damage. Duability. Low. Knife blade. Damage. Low. Throw them. Charge boost. Okay. Also ein langes Schwert. Ne. Handel und ein Road. So. In meinem schönen Buch habe ich letztens nochmal was über neue... Ach, nicht hier. Hier. Das Buch. Da habe ich etwas über Materialien gelesen. Und zwar... Hier. Genau. Äh... Aluminium, Iron und Obsidian. Das würde ich nämlich gerne mal bauen. Das bedeutet... Ich stecke hier jetzt noch das Zeug rein. Ich hoffe, dass sich das jetzt nicht miteinander verbindet. Egal. Zinn und Gravel. Nein. Und Gold auch nicht. Gut. Und lass die hinten einfach rausfließen. Das geht ja alles übereinander, soweit ich weiß. Zack. Zack. Genau. Gut. Dann lass die hinten schon mal abfließen. So. Davon haben wir nur eins. Davon sollten wir eigentlich mehr haben. Dann darfst du aber jetzt ziemlich lange dieses einzelne Stück daraus zubekommen. Was ist das eigentlich? Bronze. Aber jetzt hat sich das doch verbunden. Juhu. Zinn in den nachfolgenden Sachen nichts schöneres als das. Jetzt habe ich schon vier Stück daraus geholt. Oh Gott. Hätte ich da vielleicht... Molten Aluminium Brass. Oh, das hat sich alles verbunden. Molten Elektrum. Molten Gold. Molten Aluminium Brass. Okay. Super. Nein. Das war jetzt ein Fehler. Ähm. Das Ding sollte hier hin. So. Und jetzt. Lasst's laufen. Flachen. Okay. So.